Jo Leute und damit willkommen zurück zu einem neuen Spiel mit mir und Black Nein! Und zwar Loadout Und ich drück schon mal starten Ja mach das Das wird so ein Zwischendurchspiel was wir jetzt machen Ab und zu mal nicht jeden Tag Nö Zufall ne? Obwohl ich halt wieder bock auf Ah komm Zufall Und ich bin bereit Ja wie gesagt alle 2-3 Tage wenn wir das machen Ja mal gucken Ja das sind doch Das ist ganz Das gibt's auf Steam kostenlos Ein schönes free to play online game Bisschen rumbeballern ne? Ja Brinkt schon echt fun Mal gucken was kommt Ja Deathsnatch war glaub ich irgendwie Kristalleinsammler und Blitz keine Ahnung Ja Mal schauen mal schauen mal schauen Gegen menschliche Spieler Hm okay Okay Bestimmt so alles Aim-Bots hier Und ich mach wieder das Boah Junge ey Wann komm ich nach dir nach Hause und hau dir einfach deswegen eine Mhm Man kann auch im Coop ähm Im Coop Im Coop Im Coop Im Coop gegen Bots spielen Das gilt auch Ah ja Centos soll ich dir mal sagen Sanftige Handcreme Ja ja Pflege und Schutz Ja Guck das kommt davon Oh ne komm ey Also Alter nicht schon wieder Komm mach einer Zufallskarte Nice Ja ja Immer wenn nicht Nicht wenn alle bereit machen Das ist immer geil Zerstreuung Achso dann gibt's ne neue Auswahl von Karten Okay 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 Oh ging diesmal schneller Bad Boah ich hab ich hab den 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 von mir Ich hab den Raketenwerfer da mit reingehauen. Flash. Ja, hatte ich auch. Wo ist denn das scheiß Ding, alter? Nein! Hö, wo war das denn jetzt? Einfach mal schöne Granatenwerfer am Anfang mit reinhauen und dann... Ja, dieser Moon, der hat aber voll durchgezimmert. Ja. Ich bin die Stirn. Das scheiß, was wurde abgerundet. Die ist mir runtergefallen. Ja, der hat 10 Cent und Black hat 10 Cent bekommen. Nein! Komm, wer ist Sammler? Weiß ich nicht. Äh... Helfen Sie dem Sammler. Helfen Sie dem Sammler. Wer ist es denn? Hinten gegen einer. Moon Hopper. Oder Moon Hopper. Naja, hat schon. Autsch. Untot. Boah ey. Tesla Hilfe. Ich finde das geil mit dem Raketenwerfer. Das ist ja das Geile, du kriegst auch Punkte dafür. Wenn du die Vorarbeit geleistet hast. Ja. Das ist geil. Mon Hopper zieht aber durch hier. Boah ey. Was sind das für Affen? Haben wir hier verdämliche Gegner? Hä? Wo kam der denn jetzt her? Was ist der fuck? Wir haben ja schon... Wir haben jetzt echt... Behinderte Kiefer. Hört ich mal so sagen. Oh, Gleichzeit Kill ey. Man überlitt mal. Wie viel Punkt die jetzt schon haben. Ja, die haben sich da hinten wohl eine Ecke gut ausgesucht. Ja. Verstecken sich jetzt da. Warte mal. Wo sind die denn? Einer ist hinter uns. Wo ist er denn? Da. Ja, ja. Immer voll auf den Sammler gehen. Sind wahrscheinlich auch welche die zusammenspielen. Na ja, warum nicht? Ist ja auch eigentlich zum zusammenspielen eigentlich voll geil. Ja. Ist es auch. Ich seh den Sammler nicht. So, der ist vor. Nein. Ist auch da war noch einer. Geil. Punkte. Cool. Einfach nur wegsneißen Dinger. Na komm, du bist hier vorne irgendwo, ne? Ich hab's geroch, mein Freund. Du kriegst doch immer alles, ne? Zack, weg ist er. Ja. Du bist Sammler? Ja, ich hab's gemerkt. Und gleich tot. Ja. Zack. Zack. Wow, ich hab's gegessen. Aber warum gekreist drin? Zack. 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 deswegen wo okay wir fast einfach nur fett wenn er trifft jawohl und da kann man davon vorn hat den voll weg genutzt bist du immer noch ich bin tot es ist ich komme es ist es ist ja wohl ich bin es nein ich krieg direkt auf die fresse tot alter versuche jetzt auch immer nur den sammler gerade auszuschalten heute man auch das hätte er aufgestellt ist das für teil hier ja also nicht nachher ich brauche einen weg ich brauche weg weg weiß ich nicht du bist sammler gepunktet sie gar nicht ihren sammler doch da 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 ist er du bist kein sammler mehr mein freund ich bin gleich tot dann bleibt dann nicht in der nähe wir hatten ja einen und der ist natürlich weggelaufen ich habe ich habe dieser denn ne der rotz mich immer wieder weg der alte vogel der und geheilt ja wir verlieren naja ja toll naja aber ganz knappe abstand ne ja gerade war es noch mal knapper boah alle vier auf einen haufen hier boah dafür ist er nicht nein 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 hat er mich voll die klippe runter gestoßen oh man ernsthaft beeil dich noch bei dem einen checkt das glaube ich nicht beeil dich still still der checkt das bei dem nicht gewonnen ja mann der hätte das glaube ich nicht gecheckt dass er sammler war ja der musik den ständen ja 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 du hast öfter sammler ja als sammler ist immer voll in einem vorteil ja 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 drinnen bleiben ja ne hab voll Lust weiter zu machen zack zack wieder zufall anpassen äh was haben wir denn hier hart 1700 so viel geld habe ich gar nicht boah ey geil das bringt bock für das spiel hmm tesla alter was ja was du grad machst ich bin nebenbei ähm am rumseppen ach kann man auch machen okay ja geil ähm mal gucken meine behind position kann man auch da kann man auch Tesla raus machen naja du kannst aus allem Tesla raus machen deswegen ja aber ich muss erstmal kühlsinke machen äh damit mein strahl nicht überhitzt immer so schnell ok 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 ja ich bin bereit ja ich bin bereit ach wenn du raus bist musst du wieder neu auswählen ja jopp so ach so naja ist er jetzt sofort gleich auszählung der Stümmel mhm ok ok blitz ich weiß gar nicht was blitz macht äh ich glaub da musst du auch irgendwas spezielles sammeln ich weiß nicht wie man ich weiß nicht wie man grad also wenn ich Granaten mache macht ja nix alter das ist immer zum kotzen wie oh nein nicht schon wieder hier vorne ey guck mal wie viel gleich Granaten sammeln 1 2 3 3 4 4 5 6 9 10 9 10 10 10